Oh yeah, Elektro-Schlott! Da macht man hier den Strom dran, der vom Akku kommt. Und dann schließt man die ganzen Motoren und so ein Zeug da an. Und das ist im Grunde genommen wie eine Mehrfachsteckdose nur zum Löten. Ihr wisst ja, Gassi-Gehen ist wie Spazieren, nur mit Kaka. Gut, jetzt gibt es ein winziges Problem mit diesem an sich sehr schönen Platinchen, das ich für wenig Kohle bei Banggood bekommen habe. Und um das zu demonstrieren, muss ich mal kurz den Rofelkopter hier ranholen. Und euch da mal mühsam hinschieben, dass ihr was seht. Weil die Platine, die soll unter den Rofelkopter gestaubt werden. Und dann gucken wir uns das an. Und ja, zu groß für mein kleines Kopterland. Und es ist nicht nur so, dass es zu groß ist, sondern es sind auch schlicht und einfach keine Montagelöcher vorhanden, die zu irgendwas passen, was ich hier hätte. Das heißt, die Platine hier kann ich leider vergessen. Zumindest vorläufig. Vielleicht baue ich ja irgendwann mal einen größeren Kopter, mit dem das geht. Und ihr kennt mich ja. Ihr wisst, wie in meinem Fall die Lösung für das Problem aussieht. Und zwar, tadaa, so. Ich baue mir einfach selber so ein Power Distribution Board. Auf der linken Seite hier im Belichtungsrahmen schon mal die eigentliche PCB-Maske. Auf der rechten Seite Lötstopp. Und jetzt gehe ich mal in den Keller. Und mache mir eine Platine da draus. Und, und, und. Und. Eine Sache, die ich euch bisher auch noch nicht gezeigt habe, das ist das mit dem Verzinden vom Platinen, wie das funktioniert. Und ich kann mich erinnern, als ich das das erste Mal beim Q-Cut gehört habe, dass der sowas macht. Da fand ich das total faszinierend. Da habe ich mich gefragt, hey, was macht denn der da? Wie funktioniert denn das? Was ist denn das? Kannst du mal zeigen? Ja. Und, äh, ja, gut. Er hat es dann nicht gemacht und deswegen tue ich das jetzt. Also, ganz wichtig, hier wieder der Gummihandschuhe, ne? Weil das Zeug, womit man das Verzinden macht, das ist eine ganz eine eklige Pisse, glaubt's mir. Ich, äh, hole jetzt mal ganz kurz für die Schale hier Wasser. Ja. Das brauchen wir dann nämlich gleich einfach zum Abspülen. Ja. Ja, einfach nur kaltes, klares Wasser. Und, äh, auf der anderen Seite sollte jetzt auch bald die Platine fertig sein. Vorher aber noch mein Chemisch-Zimm. Ähm, ein bisschen schütteln, da setzt sich nämlich so die Waffel unten ab und wir wollen ja die volle Leistung haben. Dieses Chemisch-Zinn, das ist eine Mischung, die habe ich bei Octamex gekauft. Es gibt auch noch ein wohl besseres, das Zeno-Glanz-Zinn. Das kann man auch beim Crack-Dealer-Birkling kaufen. Ähm, Prinzip ist bei allen dasselbe. Und dann nimmt das Sklaffel. Und man tut's in ein Schälchen. Was ich hier gemacht habe, das hier ist eine relativ kleine Menge von dem Zeug, die ich, äh, von der großen Flasche, die ich angerührt habe, abgezwackt habe. Und das kippe ich dann hinterher immer wieder zurück, sodass ich nicht immer mein Verbrauchtes in die große Bulle zurückkippe, sondern, äh, letztendlich immer nur so eine Arbeitsmenge habe. Wenn die Verbrauchtes kippe ich sie weg und die große bleibt unberührt. Ja. Hier haben wir jetzt erstmal die Platine. Die habe ich, äh, schon geätzt, logischerweise. Da ist, äh, Lötstopp drauf. Das ist alles soweit schon fertig. Und das kommt jetzt so, wie es ist. Habe ich gerade eben da aus dem Aushärterbad geholt. Einfach rein in die Zinnlösung. Plöpp. Bäh, ekliges Zeug. Riecht auch wie Pisse. Kein Wunder, ist Handstoff drin. So. Wenn man jetzt hier nochmal kurz guckt. Ich habe sie gerade eben erst reingeschmissen. Aber man kann ja schon mal schauen. Weiß nicht, ob man die Farbe auf der Kamera gut erkennen kann, aber da hat sich schon richtig Zinn auf einen Kupferflächen abgesetzt. Und, äh, das Zeug lässt man jetzt einfach hier so zwei bis drei Minuten in dem Glanzzinn drin düppeln. Und nach den zwei bis drei Minuten hat sich also auf den Kupferflächen eine Zinsschicht abgesetzt. Die ist so ungefähr fünf Mikron groß. Fünf Mikron dick. Und das reicht also aus, um dafür zu sorgen, dass da keine Korrosion auftritt. Und Tipp von mir ist, wenn man eine Stelle hat, wo sich das Zinn nicht richtig absetzt, dann kann man da so ein bisschen mit einer Plastikpinzette oder sowas dran rumkratzen. Das sind dann meistens Reste von dem Lötstofflaminat, die beim Entwickeln nicht vollständig abgegangen sind. Und wenn man da einfach so ein bisschen dran rumkratzt, dann, äh, funktioniert das schon. Ja. Platine habe ich jetzt aus der übelstinkenden Pläute rausgeholt. Nach ungefähr drei Minuten. Kurz ins Wasser zum Abspülen. Sieht total klasse aus. Trophimäßig. Jetzt muss ich sie sägen und bohren. Platine ist, wie gesagt, hervorragend geworden. Jetzt geht's ans Sägen und ans Bohren. Und, äh, klar. Das habt ihr alles schon mal gesehen. Aber, ich mache jetzt noch mal eine Zeitrafferequellsequenz rein, damit ihr diese unglaublich geile, äh, Elektroschrott-Timelapse-Musik mal hören könnt, die der Sascha Berger für mich gemacht hat. Extra für mich komponiert. Nicht irgendein YouTube-Free-Musik-Scheiß, ne, ne. Richtig cooles Zeug. Könnt ihr euch mal reinhören und solange säg ich das mal in Stücke. Und, äh, back to date. Also, wir können uns hier mal einfach hinunterladen. Und, äh, hinbekan. 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 Boah, was hatte ich jetzt die Schnauze voll von diesem geschissenen Dings da, von dem Schutz, das immer dazu geführt hat, dass die Scheiß-Platinen an dem Scheiß-Ding ins Hengen geblieben sind. Zerfix, Halleluja, so ein Scheiß-Echt. Insofern habe ich festgestellt, der Anschlag ist scheiße, also weg, Freihandsägen. Und der Schutz, der ist auch scheiße, also weg. Und wenn ihr das bei eurer KS-230 auch machen wollt, heißer Tipp, wenn man die vier Schrauben von der Platte hier oben löst und dann mit einem langen Imbusschlüssel hier an so die Schraube rangeht, die das hält, so von der Seite aus, dann muss man nicht das ganze Ding aufschrauben, sondern nur diese vier Schrauben da oben, ganz easy. Und jetzt klickt da wieder Timelapse-Musik und ein bisschen Seger-Reaction. Drink, Workers. Drink, Drink, cheg Bis zum nächsten Mal. 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 Und der braucht einen Kondensator. Habe mir auch SMD Kondensatoren besorgt. 4,7 Mikrofahrrad. Inklusive eines wunderbaren UTF-8 Verspulers. Davor ist niemand sicher. Und das werde ich jetzt erstmal hier auf die Platine drauf SMD'n. Weil wenn ich das jetzt sofort mache, dann kann ich die Platine noch flach hinlegen. Wenn ich das später mache, dann habe ich hier schon dieses Kabel dran, das dann als nächstes dazu kommt. Und dann muss ich es irgendwie mit der dritten Hand und so. Sodass es dann natürlich nicht mehr so schön zu löten. Ja gut, dann mache ich das mal eben flott würde ich sagen. Die Teile hier rauszufummeln ist wirklich noch ein Stück freckeliger als mit normalen Bauteilen. Das wirkliche Problem mit SMD ist nicht das Löten, sondern die Bieste aus der Verpackung zu bekommen. Aha. Komm, komm, komm. Boah, so klein ist sowas. Ich hatte ja ursprünglich vor, auf dem Power Distribution Board so einen von meinen geliebten kleinen Schaltreglern zu verbauen. Aber da hat mir dann der Paul gesagt, das ist eine Kackidee. Und zwar deswegen, weil die so viel Wippelströme machen und auch überhaupt und sowieso. Und eigentlich hat er da recht. Vor allem, wenn ich schon mal meine eigenen Platinen bauen kann, ja, dann kann ich da eigentlich auch gleich SMD-Zeug drauf verlöten. Das wäre eigentlich viel cooler. Das machen wir jetzt mal nach der als beliebten Methode. Hier das dünne Lötsinn. Und das machen wir jetzt so, wie man sowas macht. Und das machen wir jetzt so, wie man sowas macht. Und wie immer, wenn ich irgendwas mache in dieser Art, ja, das wird dann hinterher nochmal getestet. Piepen wir einfach mal kurz durch, ob die wichtigsten Sachen gehen. Das sieht gut aus. Wunderbar. Damit sollte der Spannungswandler jetzt eigentlich funktionieren. Spannungsregler sollte richtig drauf sein. Machen wir es noch kurz sauber. Ein bisschen Isopropylalkohol drauf. Küchentuch. Flussmittel-Druckstände sind ja nichts Schönes. Ja, guten Schönheitspreis gewinne ich damit nicht, aber es ist drauf und es wird funktionieren. Und ja, ich bin zufrieden damit. Passt. Das nächste, was jetzt getan wird, ist die Anschließerei des Powerkabelungs-Dings-Teils. Und das Powerkabelungs-Dings-Teils, das ist dieses hier. Das hier kommt an den Akku dann. Das hier kommt an den Akku dann. Und das hier muss an das Board. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, wie lange das Kabel hier eigentlich werden muss, damit es das tut, was es soll. Dafür gucken wir uns mal an, wie das hinterher alles zusammengesteckt wird. Hier haben wir den Kopter. Das hier wird ziemlich genau hier festgeschraubt werden. Und die Idee dabei ist, man sieht jetzt hier diese beiden großen Löcher, das ist das, wo dieses Kabelende hier rein soll. Und diese Löcher hier, die liegen genau über einem Durchbruch hier unten im Boden, wo dieser Stecker hier durchpasst. Das heißt, was ich machen will, ist diesen Stecker hier nach hinten durchlegen. Wer schaut dann hier hinten irgendwie raus, dann muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie mit Kabelbindern befestige oder sowas, oder ob ich ihn einfach so lasse. Und jetzt drehe ich ihn mal um. Der Akku kommt dann hier oben drauf. Und mit dem Kabel hier vom Akku geht es dann hier an den Stecker und so wird die Stromversorgung gemacht. Das heißt, man sieht jetzt eigentlich schon mal ganz gut, wenn das Kabel ungefähr so lang ist, wie das, was ich jetzt hier so mal abgeschätzt habe, dann ist das eigentlich schon ganz okay. Ich denke, ich möchte das wirklich hier unten haben. Das heißt, ich kann das hier ziemlich kurz abmachen. Ich würde mal sagen, so, passt. Das ist übrigens ein Lautsprecherkabel. Hervorragend, wenn man irgendwo eine größere Menge Strom durchlassen muss. Ja, das kann ja schließlich eine ganze Menge abmachen. So, jetzt trenne ich das hier mal komplett auf. Und damit ich das verzinnen kann, nehme ich hier das Baby. Na ja, schauen wir mal, wie viel wollen wir haben. Sechs Millimeter sollten reichen. Schön sauber abgedeilt. Und dafür brauche ich jetzt die anderen Lötkolben. Die SND-Nadel wäre da vielleicht ein bisschen zu fein dafür. Und man sieht also, die Löcher, die ich hier gebohrt habe, sind 3,2 Millimeter. Ja, die sind vielleicht ein bisschen groß. Da hätte ich nicht ganz so viel gebraucht, aber ja, das wird schon passen. Das kriege ich schon irgendwie festgelötet. Kommt ja auch noch Lötzeln dran, dann passt das schon von der Größe her. In den Lötkolben haue ich mal auf ein bisschen mehr Temperatur. Ihr kriegt jetzt mal 350 Grad. Als Lötzeln nehmen wir nicht das feine 0,5 Millimeter Kester zurück. Das wäre hier echt ein bisschen zu fein. Stattdessen 0,1 Millimeter Zeugs. Und ein bisschen Flussmittel hier an der Litze kann auch nicht schaden. Damit sich das jetzt ein bisschen besser löten lässt. Es schließe sich ein ziemlich dickes Teil. Beim Verzinnen von so dicken Kabeln gilt der alte Grundsatz, viel hilft viel. Da darf ruhig ordentlich was ran, weil sonst wird es hinterher gar nicht mal so einfach, das an die Platine zu löten. Und wir haben ja gesehen, wir haben mehr als genug Platz. Die Löcher sind schon dick. Das ist der Moment, wo mir einfällt, dass ich auch so eine Lötrauch-Absaug-Kiste hier habe. Vielleicht sollte ich die mal anmachen, weil ich jetzt noch ein bisschen viel von dem guten Lötfett-Zeugs hier schnuppere. Jetzt wäre es natürlich peinlich, wenn ich das verpult anlöte. Deswegen hier auf dem Stecker steht zum Glück ein kleines Plus drauf. Das heißt, ich weiß, die Plus-Seite, die muss hier dran. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das am schlauesten mache. Ich glaube, da benutze ich tatsächlich mal die berühmte dritte Hand. Das sollte passen. Und jetzt machen wir es dran. Das ist eine etwas größere Lötstelle natürlich jetzt mit etwas mehr Zinn. Deswegen dauert es auch ein bisschen, bis das richtig ausgehärtet ist. Lassen wir mal in Ruhe abkühlen. Jo, fest. Ja, wie man sieht, also das sollte auf jeden Fall halten, denke ich. Das wird keine Probleme machen. Mit dem anderen Kabel machen wir einfach genau dasselbe. Gut. Kabel sind dran. Das heißt, wir haben jetzt den Punkt, wo eigentlich, wenn alles gut gegangen ist, ich hier oben 5 Volt messen können sollte, wenn ich einen Akku anschließe. Das probieren wir doch gleich mal aus. Als erstes schauen wir mal, was der Akku spannungstechnisch sagt. Das könnt ihr so nicht sehen. Ja, so. Wir wollen Volt messen. Akku 11,4. Sehr schön. Das heißt, der Akku hat auf jeden Fall schon mal genug Saft, dass wir ihn überhaupt mal anschließen können und mal gucken können, was da der Linealregler daraus lässt. Zapp, zapp, zapp. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, 11,4 auf der Platine passt auch. Ich lege euch das hier mal wieder so hin. Ach, die Sonne hier ist. Und jetzt schaue ich mal, was am Output von dem Spannungslegler daraus kommt. 4,1er Nacht. Wunderbar. Das funktioniert. Also zumindest die Gleichspannungsversorgung für meinen Copter ist schon mal gesichert. Jetzt gehören hier auf dieses Board eigentlich noch mehr Sachen drauf. Und zwar, ich erzähle mal kurz, was wo dran kommt. An diesen vier Anschlüssen kommen die vier Motoren dran. Hier oben kommt der Flight Controller dran. Also das ist der Computer. Ich hole ihn jetzt nicht raus. Und das hier, das kommt auch an den Flight Controller. Und da kommt die Gesamtspannung vom Akku dran. Das ist ganz praktisch. Der Flight Controller hat nämlich so eine Messung, damit man ein Piepsignal ausgeben kann, wenn die Spannung zu niedrig wird. Also wenn der Akku gerade zu tief entladen wird. Das mögen ja diese Lipos gar nicht. Das verlöte ich aber jetzt noch nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie ich eigentlich die ganzen anderen Teile an dem Rahmen von meinem Copter anbringe. Und wenn ich jetzt Kabel dran löte, ist das Risiko, dass ich die hinterher nochmal runter machen muss, weil ich mir irgendwas überlegt habe, wie ich es anders machen will, relativ groß. Und deswegen lasse ich das erstmal, bis ich da ein Stück weiter bin. Ich probiere jetzt nur mal aus, ob hier die Halterung so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, Kabel geht da genauso durch, wie ich es mir gedacht habe. Super. Genauso muss es sein. Flight Controller hier werde ich hinterher allerdings mit Abstandshaltern dran machen müssen. Da kommen so kleine 6mm Abstandshalter dran. Aus dem einfachen Grund, weil diese Kabel, die hier angelötet werden, die kommen halt an der Unterseite raus und da brauche ich ein bisschen Platz. Aber ich glaube, das sieht dann ganz cool aus mit den Spacern hier und dieses Board unten drunter. Das wird ziemlich schick. So. Man möchte meinen, jetzt käme der berüchtigte Endspruch, den ich hier immer habe, aber dem ist noch keineswegs so. Ich hatte nämlich heute noch was vor, was ich machen will. Und es hat sich ja mittlerweile eingebürgert, dass ich hier nichts baue, ohne dass ihr zuschaut. Und deswegen dürft ihr auch zugucken. Ich zeige euch mal kurz, was mein Elend, habe ich häufiger erwähnt, aber hier diese Motorcontroller, diese ESC's, die stellen mich vor gewisse Probleme. Und zwar deswegen, weil diese ESC's total geil für richtig große Copter sind, allerdings einfach vom Formfaktor her, für diesen wirklich kleinen Putzigen, den ich hier habe, so ein paar Herausforderungen bringen. Ganz einfach. Wenn ich beispielsweise diesen ESC in der traditionellen Position unter dem Ausleger für den Motor befestigen würde, ich friebele das jetzt gerade mal so hin, dass man sehen kann, was ich meine, dann würde man sagen, ja, ist gut, der ist jetzt hier dran, dann könnte ich dieses Kabel nehmen hier, würde ich es wahrscheinlich kürzen, nehme ich mal an, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall würden dann diese Konnektoren hier mit entsprechenden Gegenstücken dazu irgendwie hier mit dem Bord verbunden werden. Alles schön, das ist soweit in Ordnung. Wenn ich das jetzt aber mache, weil das Teil ja relativ lang ist und hier bis zum Ende geht, bedeutet das, dass hier die Anschlüsse für den Motor nach außen raus stehen und dann müsste ich den Motor so verkabeln, dass die Kabel vom Motor hier irgendwie kommen und außenrum hier so dran stecken. Nein, da sind ja nochmal Steckverbinder dran, das zeigt so ein Stück raus. Das würde wirklich nicht schön aussehen und ich glaube, das ist auch fürs Flugverhalten nicht gut. Das ist also eigentlich keine Option. Okay. Was kann ich machen, um dieses Problem zu beheben? Ich habe mich da gestern mal mit einem Sascha Berger unterhalten und der hat was gesagt, was mir auch schon so durch den Kopf gegangen war, was ich aber eigentlich wieder verworfen hatte, weil es mir zu diskant war. Nur als Sascha es dann auch nochmal gesagt hat, habe ich mir gedacht, das muss ich zumindest rausprobieren. Und zwar folgendes. Diese Kabel für den Motor, die sind auf der Rückseite vom ESC hier einfach an drei Stellen aufgelötet. Und ich könnte mir das Leben sehr viel einfacher machen, wenn ich diesen Schrumpfschlauch, der hier drum ist, einfach aufschneide und entferne, dann diese Kabel nehme und andersrum rausführe, also auf der Seite hier, dann das Ganze wieder Schrumpfschlauche, weil dann habe ich die Situation, wenn ich dann den ESC hier befestige auf dem Ausleger, dann kommen die Motorkabel hier hinten raus. Ich kann die Kabel von dem Motor über den Ausleger auf der oberen Seite nach hier hinten führen und kann dann hier hinten irgendwo die Kabelführung machen und die Konnektoren. Und das sieht gleich deutlich besser aus, als wenn ich hier die Kabel irgendwo an der Außenseite rausstehen habe. Gut. Ich probiere das jetzt erstmal mit einem von den Dingern, weil dieser Schrumpfschlauch hier, das ist irgendwie so ganz komisches chinesisches Industriezeug, der ist verflucht hart. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, wie ich den am besten aufkriege, also mit dem Skalpell dran rumkappen traue ich mich jetzt nicht, weil ich glaube, dann mache ich das Bord drunter auf jeden Fall kaputt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal versuchen, diesen ESC hier aufzumachen. Ja, man sieht das hier schon, ich habe einen halben Zentimeter reingeschnitten und dann ist es gleich aufgesplittert. Das ist echt ganz merkwürdiges und echt ein bisschen unangenehmes Zeug hier. Wird auch, wenn man es so verbiegt, gleich milchig. Also versuchen wir mal, ob wir das hier einigermaßen sauber entfernt bekommen. Mein Gott, bin ich froh, dass ich irgendwann mal an einem Fingernägelkauen aufgehört habe. Fingernägel sind hier immer noch das wichtigste Werkzeug. Wir müssen natürlich hier versuchen jetzt, dass ich nicht die verschiedenen SMD-Bauteile, die da drauf sind, kille. Ich glaube, was ich mal versuchen werde, ist mit einem Skalpell hier an der Seite, an der Platine lang zu gehen. Das könnte klappen, ohne dass es mir kaputt geht. Das ist ein Versuch wert. Ich glaube, das größte Risiko besteht hier für meine Finger. Das ist zumindest mal nicht einfach. Das scheint mir aber die erfolgversprechendste Methode zu sein. Das letzte Stück hier am Kondensator, das ist nochmal gefährlich. Ja, hab's. Okay, der ESC ist ausgepackt. Das heißt, im nächsten Schritt kann ich jetzt einfach mal diese drei Kabel hier ablöten. Und dann werden die in die andere Richtung hier rausgelötet. Den Kabelbinder hier kann ich auch schon mal entfernen. Da kommt auf jeden Fall ein neuer dran, wo dann alle Kabel reinkommen. Übrigens mal an dieser Stelle ein Wort über diese Afro-ESCs, das so wahrscheinlich so noch nicht gesagt wurde. Was ich gerade am geilsten an denen finde, sind die Kabel, die sind total weich und angenehm. Also da haben sie wirklich schöne Kabel verwendet. Jetzt löten wir mal die Stromführung für den Motor ab. Okay, damit hatte ich offen gestanden gerechnet. Klassisches Problem, dieses bleifreie Industrielot ist einfach ein fürchterliches Zeug. Der Schmelzpunkt von dem ist so hoch, dass es so scheiße zu entfernen ist. Da muss ich gerade mal mit ein bisschen frischem Verbleiten nachhelfen. Got it. So, alles ab. Funktioniert nicht ganz so gut, wie ich es mir wünschen würde, aber geht. Super. Da unten wurde Heißkleber verwendet. Der ist jetzt gerade beim Löten weich geworden. Und hat sich an meiner Pinzette festgesetzt. Ah. Ah, Chinesen, ey. Gut. Passt jetzt aber, alle Teile sind noch dran. Ich lasse das jetzt ein bisschen abkühlen, bevor ich da wieder beigehe. Also die einfachste Lösung bei diesen Kabeln wird sein, abknipsen und komplett neu machen. Das ist das ekligste Lötsinn aller Zeiten. Und ich denke, die 3 mm oder was es sind, Kürzung, die überleben die Kabel auch noch. Und ich denke, die Kabel auch noch ein bisschen abkühlen. Und jetzt können tatsächlich die neuen Kabel, beziehungsweise die alten Kabel neu angenötet werden. Die 3 Teile hier sind unterschiedlich lang. Ich fange natürlich mit dem kürzesten an von der Seite aus. Jetzt machen wir mal schauen, wie kriegen wir das so hin, dass ihr was seht und ich auch. Ah, so sieht es gut aus. Nummer 1 sitzt. 2 sitzt. Die haben jetzt alle das Problem, dass das einfach nicht sehr schön geworden ist von der Verlötung. Ganz einfach aus dem Grund. Weil dieses ekelige Lötsinn es einem sehr schwer macht. Deswegen gebe ich jetzt bei jedem nochmal Flussmittel und frisches Lötsinn dazu. Ich will ja nicht, dass wir irgendwann mal im Flug die Leitungen abreißen. Obwohl, die beiden anderen sehen eigentlich sehr gut aus. So, gut. In Grunde genommen hätte ich hier den einen Kabelbinder gar nicht abmachen müssen, weil zusammenführen kann ich die eh nicht. Ich denke, ich kann es jetzt verschrumpfschlaufen. Mach ich da den Binder wieder dran, den neuen. Das sieht jetzt soweit eigentlich ziemlich genau so aus, wie ich das haben wollte. Letzter Schritt. Schrumpfschlauch drum. Jetzt ist die Frage, nehme ich einen transparenten Schrumpfschlauch, so wie es vorher war, oder nehme ich vielleicht einen schwarzen, weil das besser zu meinem Kopf da passt optisch. Ich muss mal schauen, wie viel ich von denen in der richtigen Größe da habe. Ich glaube aber, das sollte reichen. Ich denke, das hier wird die richtige Größe sein. Ja, also so ein schwarzer Stumpfschlauch würde schon verflucht edel aussehen. Ich denke, das mache ich so. Gefällt mir. Gut, Stumpfschlauch ist da. Das heißt, als nächstes muss der Stifthoster zum Einsatz gebracht werden. Dafür muss ich hier ein bisschen umbauen. Ich habe den Schlauch ein bisschen gekürzt, sodass oben der Kondensator rausgucken kann. Die mögen es ja nicht so gerne kuschelig warm. Insofern habe ich mir mal gedacht, gebe ich dem oben so ein bisschen Kondensator Platz. Jetzt Stifthoster auf 150 Grad. Und schrumpfen. Genau, wenn ihr mich fragt, cooler als vorher. Also, ich finde in schwarz sieht das echt ziemlich geil aus. Und einfach dadurch, dass es jetzt sehr viel kürzer ist, denke ich, dass ich deutlich weniger Schwierigkeiten mit meinem Kopf da haben werde. Schauen wir mal. Also, jetzt wäre die Anbringung geplanterweise mal so. Komm her. Genau. Genau. So würde ich es reinpacken, mit Kabelbinder fixieren. Hier drum. Hier hinten sind die Leitungen für den Motor. Ja, das ist eigentlich hervorragend. Weil die Motorleitungen können dann hier hinten irgendwie miteinander verdrahtet werden. Oder hier vorne. Das Teil schaut vorne nicht raus. Es ist schwarz. Sieht also auch echt cooler aus jetzt, finde ich. Ja, wunderbar. Gut. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend zum Angucken. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Kinder, ich mache die anderen Teile selber. Ohne euch. Ganz alleine. Und wenn das Ganze fertig ist, dann schließe ich mal alles an und hau mal die Motoren dran. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Aber bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Ich brauche noch ein paar Dupont-Stecker, bevor ich mir da finale Gedanken dazu mache. Und ja, ihr seht es ja, wenn ich wieder was poste. Und bis dahin, tschüssing. Wat?